schnell warte mal wir machen mal feuer ich habe stücker bei fünf stück na ja ich mach noch was dauert man eine weile aber wieso sind die ganzen bäume weg hier ich habe alles bei für ein feuer hier kannst du auch wieder hochklettern kannst du kein feuer machen oder was ja ich kann feuer machen also musst du sammeln ja wir warten erst mal kannst du schon mal kleine machen hast du schon gut so warte mal ich habe ja was für dich zieht das mal hier warte ich mache nur schnell lagerfeuer money anzünden du hast immer musik und das höre so die kinder stimmen und wenn das ist so ein zwei strom im anzug alles klärchen im anmarsch auch meine karte ist weg deine auch ja aber das dauert halt eine weile das ist schon ein bisschen platz schaffen bei dem inventar das sind das sauer aus sagt bescheid aber das kann jetzt noch eine viertel stunde dauern oder so mit dem sturm ja ich achte einfach drauf wenn er droht wird wir jetzt doch genug häuser können wir ruhig weiter ja wir ziehen erst mal noch ein stück weiter ich will mal das lagerfeuer noch einpacken ich will plötzlich mal ein bisschen platz im inventar schaffen ich packe gerade auch munition aus ich sage kann ich das nicht in der hand nehmen das lager das immer platziert ist kann man sie mal in der hand nehmen oder was doch aber das war drin ach so hier jetzt versuch mal ich hab da was reingepackt weißt du kaffee bohnen da brauchst du doch für die kaffee mod gedöhnt oder die kannst du auch so essen aber ja kannst du findest du eine kaffeemaschine ja du hast ja unten den balken wo der mond ist na ja da musst du schlafen und das das tut halt das immer stück weiter pack nur noch ein packen aus und bin sofort hinter dir sie gibt schon witzige munition aber die waffen dazu hätte ich gerne mal gesehen bin hinter dir ja schon der muss ihn würde ja schon weitere weiterhelfen rechts sind garagen da würde ich gerne mal gucken und autowracks so wegen fahne aber halt ich pass auf scheiße vergessen mal leise zu öffnen hier ist noch mal heilungs ding brauchst du noch verband diesen desinfektion geil hast du schon die kautien tabletten ja dann nämlich schon immer schnappst du ja genau scheiße ich muss leise öffnen verdammt hier ist ein energy drink ich baller mir den mal was mich jetzt gerade nur wundert auf namalx bin ich eigentlich gewohnt hat die ganzen konserven alle gefroren sind und du die auch ja das auftaucht das ist schlafmützen zeug nee das gefriert nicht das ganze immer nehmen hier ist aber zum zerschneiden einfach mal zur sicherheit falls deine streichhölzer sind auch drinne wegen stoff fetzen weißt du schuhe so ich habe jetzt wieder sechs und vierzehn stoff fetzen halt mal deine treter im auge auto auch nicht jeder militär dinge vorne hier schnuppern hier mal kurz rein willst du mal in den hochhaus rein naja wir gehen lieber hier hinten in die in die hallen in das industrie oh du hast zombie oder ich habe einen gehört ja ja der rennt links von dir ich sehe ich sehe aber gesehen hat er mich nicht gut das war so ein hektischer ja so vorschlag haben wir jetzt was zum wehren so wo ich bin ja in der industriehalle wo wir hier feuerchen anmachen wir können es ja mal die stelle merken weil bei mir ist separaturspiel auf blau aber noch geht leben halt nicht runter hier ist fast in jedem haus an der feuerstelle wir ziehen wir noch schnell weiter solange es geht jawoll hier ist wieder munition acht millimeter hier ist eine stichschutzweste und eine waffe jawoll ja eine weste was ist denn das für eine waffe eine clock hast du die hat sonst vermickt die wenn du nicht willst ja ich habe keinen platz nenne mich die ich glaube ich habe sogar munition für die zwar einzelfeuer aber besser als gar nichts weißt du hier ist noch acht millimeter mauser war das ein mauser nee das war eine clock nimm trotzdem mit wer weiß falls du nochmal eine waffe irgendwie findest dass wir gleich wenigstens einzelfeuer haben weißt du ja achtung grüne wolke ja da können wir mal gucken was du im Arterfakt glaube ich jetzt nix ach ne hier ist ein feuerdings ich guck mal hier links oh fuck ich blute schon wieder dann hier komm ja ich habe Schuhe gefunden geil um ich habe Schuhe verbannt hast du ja guck mal eine Sonnenbrille die lag hier hinter dir wie man sich über Schuhe freut ey ne Schultertasche ist das ein Rucksack? ja ja ne dann brauche ich den nicht ne Schrotze wäre geil da sah ich schon guten Schuss hier so jetzt habe ich dich verloren ah ne du bist hier in der Halle in der Halle so ich habe jetzt zwei mal sechs Stofffetzen da mache ich mir jetzt einmal schnell ein Seil raus Seil habe ich einsteigen ja brauchst du das nicht wegen Flagge weißt du den Kompass cool das hab ich aber halt du sonst auch erstmal das Seil Stofffetzen kriegen wir ja mehr als genug müssen wir da nochmal eine Tetra rein drücken selbstverständlich zwei habe ich noch danke von dem Schultertack so dann machen wir erstmal Feuer hier ja wir müssen halt warm bleiben ne sonst wären wir halt krank ich habe aber auch noch Vitamintabletten naja die habe ich nicht aber wir können uns ja aber es ist noch nicht dunkelblau komm wir gehen mal weiter die Zeit ausnutzen weil das nervt mich ja in in der Malz man hängt immer bloß rum halt hier am Feuer und wartet und wartet ja das ist halt so ne Reifenreparaturset braucht man das? äh noch ne hier sind zwei Buckler was wenn du möchtest ne ich behalte meinen Hut auf ja ne so ne Gesichtsmaske zum wechseln wenn man krank war ich werde meine auch mal wechseln hier in dem roten Container oh oh jetzt muss ich erstmal um Zombie kümmern jetzt muss ich erstmal um Zombie kümmern jo weg die Zombies haben auch keinen Loot hier ne ne die musst du zerschneiden aha und dann kannst du die erst looten ja und dann musst du auf Tab drücken und dann siehst du was der am Inventar hat ja auch gar nur Stoff hetzen oder was hm hier ist noch ein Zombie hier hinten ich guck hier mal gleich in dem Gebäude wird doch langsam dunkel ne jetzt ist das hier in der Militärkiste ey krieg nicht mit 77 Slots alter ach die kleine ist satt ja krieg nicht mit schade und hier wird es spannend ist das ne 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 und da wo eine waschmaschine drauf ist da kannst du suchen ja da musst du den punkt suchen wo das funktioniert geht das hier geht es nicht ich wollte es mal zeigen dass wir da mal zu einzeln gehen ich muss muss was man was essen draht weiß zwar nicht ob man dennoch braucht aber ich pack mal ein ich gehe mal kurz in die stadtmitte ein paar worten und container damit bin ich voll da wollen wir mal zum trader durchschlagen da müssen wir dann ja kann ich dir eine armbrust kaufen eine armbrust ja gut besser als nichts weil die waffen sind halt extrem teuer und war was drinnen im grünen schmuck gasbrenner hier ist ein schrotthaufen ja ist da eine waschmaschine doch hier kannst du durchsuchen genau hin bist du mal so ein bisschen auf dem schrotthaufen hin und her mit hier liegt eine waffe wo ich sehe das nicht in der ammo box hier am lkw wie gesagt wo kannst du hier durchsuchen warte mal stell dich mal so hier hin es dauert ewig bis man den punkt gefunden hat search hier oben wenn du hier in der mitte von dem links rein guckst in dem container der hier drauf liegt ich habe hier kein search nicht so hektisch ganz langsam und dann musst du den punkt finden da war was search ja und dann musst du aber wissen sonst durchsucht du dich ja gar nicht ja ja you found a pickaxe ich tausch mal damit kann man schon mal ein feld machen also wenn wir was wenn wir was zum samen und hier liegt eine waffe ich weiß nicht ob du die mitnehmen willst es gibt zwar keinen die habe ich auch aber keinen mac dafür eine mp ja da muss ich jetzt wieder was wegschmeißen vorschlaghammer nee behalte den vorschlaghammer der ist gold wert wenn du keinen mac hast sonst lass ihn liegen ja aber schon irgendwie irgendeinen rucksack weg den ich noch im inventar habe so ok so warte mal in der hand wir gehen hier noch mal kurz durch da liegt immer schon ein bisschen was rum und dann das maß war mein leben geht auch langsam runter wir könnten jetzt wirklich mal ein feuerchen machen ok hier ist aber auch eine tonne drin aber hier rächelt das ja dann wieder raus rückzug ja genau aus der richtung wo du gerade langlaufen wolltest wir gehen wieder an dreher draußen an dem rohr zurück und gehen irgendwo wieder zu die häuser dann machen wir ein feuer hier links von uns wüssten jetzt welche sein da links wüssten wir gehen ganz außen lang ja hier durch den zaun durch und raus ich denke daran da hinten kommen noch militärzelte ne ja wir gucken mal durch den wald wir können doch gucken ob wir noch schnell ein anderes örtchen finden wegen feuer ja wir müssen ja nicht da und wieder zurück da waren wir eh schon aber ich habe ja halt Angst hier die das weg wenn wir jetzt drinnen abhängen wegen der nuke bomb ja deswegen meine ich ja woanders hin na ja zu den häusern wollen wir vor uns waren bis zum schluss komm hier kannst du auch normal laufen also nicht sprinten aber laufen na gut dann sprinten wir müssen doch eh ein stück in die richtung wenn wir richtung trader wollen oder nicht ja ja bringt ein bergsteigerrucksack ein bisschen geld wenn du den verkaufst nein auch hier links ist das militäre warte mal vorsicht nein gucken ab hier kannst nur artefakten verkaufen alles andere nix so jetzt aber langsam nicht so immer durchsteigen hier willst du da mal rein warte mal ruhe schon zombies hier weg 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 da habe ich nur einer schaffst du den gestoppt mit den anderen ein hab ich ja ja Oh, sorry, sorry, sorry. Ich komme, du blutest nicht. Nee, alles gut. Warte mal, ich spiele mal in den Armbrustladen. Ist in Ordnung. Habe ich. So, jetzt können wir uns erstmal dort reinschleichen. Na los, ich bin auch dafür, das gucken. Links ist noch ein Zombie. Aufpassen, links von dir. Da zwischen den Tannen. Okay, dann steig ich mal hier außen rum. Da kommt er, 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 da kommt er. Okay, das ist ein langsamer Worte, warte ich machen. Oh Mist, 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 Mist. Laug weg, laug weg, laug weg. Nebengeschossen. Alles in Ordnung. Läuft doch. An dem wir auseinanderschneiden, durchsuchen. Das machen wir bei anderen, oder? Warte, durchsuchen steht da. Denke Maustaste. Das ist wie so, wie man. Dann ist Inventar offen. Oder was dabei? Nee. Das ist wie so, wie man das macht. Das ist so eine Dusche. So eine Decom. Die Konkanimationsdusche. Aber hier ist gar nichts. Das ist bloß ein Zelt. Egal. Achso, hier vorn ist'n. Pass auf, da röchelt noch einer. Ich geh dem Meucheln. Oh, er hat uns gehört. Das ist mehr. Ich hab noch was von links gehört. Hier, weg, weg. Rett zurück zu Gast mal. Das sind zwei. Einer ist hinter die Achtung. Da kommt noch einer dritter. Pass auf. Oh, Mann. Nee, rennter weg. Das wird zu viel. Na dann los. Ich bin grad los. Ja, mein Leben geht runter. Hälfte. Also erster ist weg. Lauf weg, lauf weg. Jetzt mach ich. Ich hab'n Powerschlag. Achtung. Achtung, Ronsen. Hau ab. Achtung, kommt, da dritte kommt. Ja, hau ab, hau ab, hau ab. Wir können ab und an mal wieder anbremsen, das ist so draufhauen. Einer ist hinter dir. Wir kaufen nächsten. Einer ist weg. Achtung, Ronsen, hinter dir. Hau ab. Alter, Wichser. Achtung. Du nix schon. Pass auf, hinter dir. Ist bei mir. Au, au. Au, au. Sorry. Warte. Jetzt. Blutest du? Ja, ich verbinde mich, alles gut. Gab's ne Schelle. Jetzt müssen wir nochmal das Dorf vorgehen, jetzt haben wir sie ja weg. Das wäre die ganze Arbeit im Sohn, der hat nix. Die zwei hat nix. Wir müssen Feuer machen, ey. Verlier leben. Ja. Geht gleich los. Ey, kotze. Warum kotze ich? Ich hab kein Krankheitszeichen. Warum hab ich gekotzt? Ich nehm mal die Tablette. Ich weiß nicht. Ne Multivitamin-Tablette. Der hat Munition bei. Oh, Box. Spann nicht gefunden. Da ist nix drin. Wohl in der Ende. Auch Zelt nicht? Nein. Schade. So, das. Nix. Ah, Neset. Das ist gut. Oh, jetzt kennt der Stimmen. Wieder. Jetzt müssen wir unter... ...schluss suchen. Jawohl, ich hab noch ein Brennholz. Ja, aber wollen wir jetzt nicht lieber dann in das Gebäude rein? Ah, nee. Hey, komm mal mit. Wollen wir vor uns waren? Wir haben ein bisschen Zeit. Mein Essen geht übelst runter. Ich bin gelbem Apfel. Ja, ich auch. Dann sollten wir vielleicht nicht mehr so sprinten. Oder macht das keinen Unterschied? Ja, das macht keinen Unterschied. Was, wenn man sich weiter sieht. Mensch, wo waren denn die blöden Häuser? Da laufen doch gerade auch mal zu. Vorne ist doch eins. Komm. Hier rechts? Auch Haus. Guck mal. Ja. Genau das. Sieht gut aus. hier dampft doch wieder was hier ist so ein Artefakt, gucke siehst du das? was kannst du jetzt in deine Pfanne nehmen? ich habe keine Pfanne ah dann nehme ich sie in den Topf Hühnerfeder habe ich gefunden, 20 für Pfeiles das ist gut brauchst du welche? ja hier ist ein Ranzen, Schulranzen kannst du da rein machen und den Ranzen in die Hand nehmen? ja das ganze mal ok ja warte dann lass mal hier drin ein Feuerchen machen genau du hast doch Lagerfeuer noch, ne? klar unbekannte Konserve essen? glaube ich nicht gut oder? ja immer stückweise hier ist noch die Federn sind hier noch und hier ist noch ein Holzscheit ich sehe gar nicht das Lager auf hast du das Artefakt schon die Holtrons? ja habe ich einsteigen ok hier röchelt was ach ne das ist der Haufen wieso kann ich das Lagerfeuer nicht anbringen? wieso kann ich das Lagerfeuer nicht anbringen? vielleicht ist schon eins drin nö ich habe einen großen Gas-Kadester ich habe einen großen Gas-Kadester und Kräutertinktur und noch mehr Federn oh ne Gaslampe jetzt haben wir Licht habe ich auch schon Gaslampe ich habe aber jetzt mit Gas-Kadester dran also zum Anmachen ja ja habe ich auch das ist auch gut ne 9 Volt Batterie wäre noch geiler habe ich kann es gegeben ja echt geiler wir haben gleich Zeit ok jetzt mein Leben ist gelb so kalt ja hier sind die Federn runzen wollen wir uns die Konserve teilen komm mal gleich 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 so erstmal lege ich schon eine 9 Volt Batterie raus jo vielen Dank da habe ich dir jetzt erstmal ordentlich Fehler hingeschmissen wo hast du die gefunden eben gerade hier einmal im scheißhaus ich kann die unbekannte Konserve nicht essen ist noch gefroren ja ja ich packe es hin steck dir die ein die Federn oder warte mal du hast 16er Stack ich nehme da 20er genau oh wer hat da wieder Schnubbi na ich brauchst du Pille na ja ich brauche ich dir mal ne hier ich habe ja noch Multivitamin schon mal gucken alles meine ganzen Klamotten abgenutzt beschädigt die sind die die die